Hongkuk hatte Geburtstag. 여러분 반갑습니다. 여러분 반갑습니다. Dieses 여러분 kommt fast in jeden live vor. Das heißt nämlich hallo liebe Leute, hallo liebe alle. 반갑습니다 heißt es ist schön, ich freue mich euch zu sehen. Hat immer etwas mit aufeinandertreffen, treffen zu tun. Was hat er denn gemacht? Er hat mit den Leuten, mit denen er zusammen probt. 밥 한 끼 먹고. 같이 밥 한 끼 먹고. ko ist eine undendung und 술 한잔하고. 술 한잔하다 ist die kosher Flosel für etwas trinken gehen. 술 한잔도 하고 er bedankt sich bei euch, dass ihr zum Geburtstag immer film da war. 생일 때 zum Geburtstag 항상 같이 해줘서 고맙고 감사합니다. 생일 때 기분이 너무 좋네요. 기분이 너무 좋네요. 기분이 너무 좋네요. Es ist echt süß, weil man merkt so, er muss irgendwie etwas zurückgeben, weil er hat so viele Glückwünsche erhalten, dass er irgendwie etwas zurückgeben muss. Und ich glaube, Deslefekt er hat mit seinem 카드마술. Und noch einmal ein Dankeschön für eure Glückwünsche. Und noch einmal ein Dankeschön für eure Glückwünsche. der und im